Hätte zu gern noch länger mein Season 1 nie gespielt. Es hat mir Online-Turnieren mega Spaß gemacht. Ja, ich finde es auch sehr, sehr früh. Der Switch. Aber, weil ich sage, beziehungsweise ein weiser Mann sagte eins, ey, was man nicht beeinflussen kann, sollte man sich auch nicht den Kopf drüber zerbrechen. Oh, Pikachu. Ich habe eine Start-Up, okay. Der neue Starter ignoriert, ist mir gar nicht aufgefallen. Oh, der Sound ist sehr ballert, alter. Das Z-Mops. Z-Mops ist so ein Teil. Boah, Alter. Das miese Nostalgie-Flashback, Alter. Ach, du Scheiße. Na gut, Gen 1 nicht. Habe ich nie gespielt. Musik 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 Ah, die ganzen Baby-Pokémon. Tatsächlich, Generation 9 wird erstmal ignoriert. Okay. 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 Warum kommt Methenu, Alter? Wo bleibt der denn in der Verkauf Ewigkeiten nicht mehr da? Oh, Allah! Oh, Ultra-Bestion! Oh, 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 oh! Oh, oh! Ach, Ultranik-Kosma, was ich allen den Arsch auf gewissen habe. Oh, Kopfhut. Oh, wie die Einwendungen perfekt zum Takt passen. Sehr cool. Oh, neun abkommt. Okay, jetzt kommt Generation 9. Boom, 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 boom. Schockisch, stabiles Video. Oh, oh, oh. Oh, thank you. Ha, die Bug-Kollektion. Oh, ich boxe nicht. Ja, die Bug-Kollektion. Ja, die Bug-Kollektion. Ja, die Bug-Kollektion. Moni-Tigo ist ja Nummer 1000 schon, ne? Mal gucken. Ah! Gänst du gespenst? Oder auch nicht? So. Jetzt checke ich auch seine Entwicklungsmethode. Warum 999? Witzig. Hahaha. Loll. Oh, gut. Did you catch them all? Fragen über Fragen. Was ist das? Mhm. Ja, es sieht nach Abspann aus. Ja, es sieht nach. Ja, das ist das ist. Na. Ja. Ja. Vielen Dank.